Die Lexalika wurde 507 zu 511 auf Anordnung des Merovinger Königs Claude W. I. verfasst, womit sie eines der ältesten erhaltenen Gesetzbücher ist. Sie zählt zu den germanischen Stammesrechten, benannt ist sie nach dem fränkischen Stamm der Salfranken. Der Text ist auf Latein verfasst, enthält jedoch germanische Fragmente, an die Lexalika angelehnt ist, die etwa 100 Jahre später zur Zeit des Merovinger Königs der Gobert I. erschiene Lex Repuaria. Rechtsinhalt In der Lexalika wurden alte mündlich überlieferte Rechtsgepflogenheiten erstmals schriftlich niedergelegt, obwohl wahrscheinlich jünger als der westgotische Kodex Eurikianus und die Lex Burgundionum der Burg unten. Bewahrt die Lexalika mehr germanisch-altertümliches, weil der Grad der Romanisierung der Franken zum betreffenden Zeitpunkt noch geringer war. Die Artikel befassen sich mit allen möglichen Rechtsfällen, wobei der Schuldige, sofern er freien Standes war, fast immer eine Geldbuße entrichten musste. Unfreie dagegen wurden mit Körperstrafen wie Heben oder Rutenschlägen und in wenigen Fällen sogar mit dem Tod bestraft. Dabei unterschieden sich die Strafen, je nachdem wer geschädigt wurde und wer der Täter war, sodass anhand der unterschiedlichen Strafmaße die Standesunterschiede der damaligen Gesellschaft deutlich werden. Beispielsweise stand auf Ermordung eines Römers, das heißt eines zur Provinzbevölkerung gehörenden Galloromanen, eine Geldstrafe in Höhe von 100 Schillingen aus, während die Tötung eines freien Franken in doppelter Höhe mit 200 Schillingen geahndet wurde. Wiederum höher stand die Gruppe der galloromanischen Tischgenossen des Königs mit 300 Schillingen, während das höchste Sühnegeld von 600 Schillingen für die Tötung von Mitgliedern des unmittelbaren Gefolges des Königs zu entrichten war. Ebenso waren Geldbußen für Beschimpfungen vorgesehen, wobei das Wort Hure mit 45 Schillingen am höchsten bestraft wurde. Des Weiteren enthielt die Lex Salica wie auch die Lex Repuaria Bestimmungen über das Erbrecht und die Gerichtsordnung. In Anlehnung an diese Erbrechtsbestimmungen wurde später in vielen europäischen Herrscherhäusern die Thronfolge so festgelegt, dass Frauen nicht die Krone erben konnten, selbst dann nicht, wenn keine männlichen Erben existierten. Interam Salica muliris ne succedant Frauen waren also von der Erbfolge in Grundstücke ausgeschlossen. Diese besondere Bestimmung der Lex Salica wird heute oft als das saalische Recht schlechthin verstanden. In dieser Form wurde sie jedoch erstmals in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts verwendet, um zu legitimieren, dass 1317 Philipp V. unter Umgehung der weiblichen Erbfolge auf den französischen Thron gelangt war. Es wurden also nicht nur Töchter des Königs von der Erbfolge ausgeschlossen, sondern auch deren Nachkommen. Dieser Erbfolgestreit wurde eine der Ursachen für den Ausbruch des Hundertjährigen Krieges. Diese Bestimmung gilt noch heute in einigen Monarchien und als Hausrecht in den meisten deutschen Adelshäusern. Wegweisend wurde sie schon 1713 mit der pragmatischen Sanktion für die Habsburger Monarchie außer Kraft gesetzt. Viele Monarchien, die das saalische Erbrecht über Jahrhunderte anwandten, haben sich noch in jüngerer Zeit einer weiblichen Thronfolge geöffnet. Im Jahr 1837 führte die Tatsache, dass das saalische Recht im Königreich Hannover galt. Zum Ende der über ein Jahrhundert lang geltenden Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover, da Viktoria nur die britische, nicht aber auch die hannoveranische Krone erben konnte. Aus dem gleichen Grunde endete 1890 die Personalunion zwischen dem Königreich der Niederlande und dem Großherzogtum Luxemburg. Ausgaben J.B. Herold Originum ac Germanicarum antiquitatum libri Basel 1557 1 zu 37 Johannes Merkel Lexalica Berlin 1850 mit Vorwort von Jakob Grimm Clement Jungbohn Knut Forschungen über das Recht der Salis-Chin-Franken vor und in der Königszeit Berlin 1876 Jan Hendrik Hessels Lexalica The Ten Texts with Adiglosses and the Lex Emendate London 1880 J.V. Behrend Lexalica Zweite Auflage Weimar 1897 Heinrich Gäften Lexalica Zum akademischen Gebrauche herausgegeben und erläutert von Leipzig 1898 Karl August Eckhardt Die Gesetze des Merovinger Reiches 481 zu 714 Böhlau Weimar 1935 1 zu 153 2 Bearbeitung Karl August Eckhardt Die Gesetze des Merovinger Reiches I.Pactus Legis Salicae Recensiones Merovinge C. Witzenhausen 1955 3 Bearbeitung Karl August Eckhardt Die Gesetze des Merovinger Reiches I.Pactus Legis Salicae Witzenhausen 1963 Karl August Eckhardt Die Gesetze des Karolinger Reiches 714 zu 911 I.P. Saalische und Rivoirische Franken Böhlau Weimar 1934 2 Bearbeitung Karl August Eckhardt Lexalica Recensio Pepina Böhlau Weimar 1953 Karl August Eckhardt Pactus Legis Salicae Punkt 1 Einführung und 80 Titel Text Musterschmitt Göttingen 1954 1 2 Systematischer Text Musterschmitt Göttingen 1957 2 1 65 Titel Text Musterschmitt Göttingen 1955 2 2 Kapitularien und 70 Titel Text Musterschmitt Göttingen 1956 3 Lexalica 100 Titel Text Böhlau Weimar 1953 Karl August Eckhardt Pactus Legis Salicae Harn Hannover 1962 Karl August Eckhardt Lexalica Harn Hannover 1969 ISBN 3 7752-5054-9 Harn angular 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 6 7